Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Was ist eigentlich guter Unterricht? In diesem Video stellen wir Ihnen das sogenannte Eisbergmodell zur Qualitätsentwicklung von Unterricht von Kunter und Trautwein vor. Sie lernen die verschiedenen Sicht- und Tiefenstrukturen von Unterricht kennen, die Ihnen helfen können, dem komplexen Unterrichtsgeschehen besser gerecht zu werden. Es geht in diesem Video aber nicht um eine Unterrichtskonzeption oder ein Set von wirksamen Methoden. Es geht um eine empirisch fundierte Orientierung zur Weiterentwicklung der Qualität von Unterricht. Das Modell zeigt auf, wie wichtig Faktoren sein können, die nicht unmittelbar mit den Unterrichtsinhalten verknüpft sind. Wir möchten Ihnen damit einen weiteren Zugang zum Verständnis von gutem Unterricht an die Hand geben und Sie damit unterstützen, Ihre eigene Lehrkompetenz weiterzuentwickeln. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an guten Unterricht denken? Ist es eine besondere Lernumgebung oder spezielle Methoden? Denken Sie vielleicht an eine bestimmte Ausstattung oder eine tolle Lerngemeinschaft? Die Frage nach gutem Unterricht gibt es schon lange und es wurden schon viele, zum Teil sehr unterschiedliche Antworten darauf gegeben. Mit den PISA-Studien ab dem Jahr 2000 fanden empirische Gesichtspunkte verstärkt Beachtung und die Bedingungen für wirkungsvollen Unterricht wurden intensiv untersucht. So veröffentlichte John Hetty 2009 eine Forschungsbilanz aus hunderten von internationalen Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Unterricht. Auf dieser Basis erstellte er umfangreiche Kriterienkataloge über Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Lernenden. Seine Arbeit stellt einen Wendepunkt in der aktuellen Forschung dar und wird bis heute inhaltlich und methodisch kontrovers diskutiert. In der Folge führte dies zu Listen mit wirksamen Methoden, die zur Gestaltung von Unterricht herangezogen werden können. Solche Listen bieten Orientierungshilfen für die Planung. Aber trifft das die komplexe Wirklichkeit von Unterricht? Erzeugt die Aneinanderreihung guter Methoden schon guten Unterricht? Hettys Kernaussage des Visible Learnings geht darüber hinaus. Sie besagt, dass die Qualität von Unterricht verbessert werden kann, indem die zugrunde liegenden Lernprozesse sichtbar gemacht werden. Diesen Gedanken greift das sogenannte Eisbergmodell von Kunter und Trautwein zur Qualitätsentwicklung von Unterricht aus dem Jahr 2013 auf und entwickelt ihn weiter. Das Modell bietet empirisch fundierte Strukturen für die Analyse und Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität. Es teilt das Unterrichtsgeschehen in Sichtstrukturen einerseits und Tiefenstrukturen andererseits auf. Dabei können die Tiefenstrukturen die Wirksamkeit von Unterricht besser erklären als Sichtstrukturen. Aber was versteht man unter Sicht- und Tiefenstrukturen? Sichtstrukturen betrachten die leicht erfassbaren Anteile von Unterricht und lassen sich in drei Gruppen gliedern. Die Organisationsformen beschreiben die äußere Struktur von Unterricht. Sie unterscheiden beispielsweise Klassenunterricht oder Fördergruppen oder verschiedene Lernorte wie die Sporthalle oder den Fachraum. Die Methoden betrachten, wie die Inhalte vermittelt werden, etwa durch direkte Instruktionen, Projektarbeit, Wochenplan und anderes. Die Sozialformen beleuchten, auf welche Weise die Beteiligten miteinander arbeiten, also ob zum Beispiel Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit durchgeführt wird. Die Sichtstrukturen lassen sich, wie gesagt, direkt beobachten. Anders die Tiefenstrukturen. Sie umfassen alle Lehr- und Lernprozesse, die im Rahmen von Unterricht ablaufen und sind nicht unmittelbar sichtbar, wie bei einem Eisberg, bei dem der bedeutende Teil unter Wasser verborgen bleibt. Tiefenstrukturen betrachten sowohl das Zusammenspiel der Lernenden mit den Lerninhalten, als auch die Interaktion der Beteiligten untereinander. Dies ist nicht mit der Sichtstruktur Sozialform zu verwechseln. Diese betrachtet die Art der Interaktion, während es hier um deren Qualität geht. Die Tiefenstrukturen werden dabei in drei sogenannte Dimensionen unterteilt. Die Dimension des Classroom-Management betrachtet, wie der Unterricht durch die Lehrkraft organisiert wird. Ziel ist, dass die Lernenden ihre aktive Lernzeit maximal nutzen können. Hier geht es beispielsweise darum, eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, klare Regeln mit den Lernenden für ihren Lernprozess zu entwickeln oder auch räumliche Gegebenheiten optimal zu nutzen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die proaktive Verhinderung von Störungen gelegt. Durch vorausschauende Planungen werden diese möglichst vermieden und sollen gar nicht erst entstehen. Die Dimension der kognitiven Aktivierung untersucht, inwieweit Lernende durch die Lehrkraft in die gedankliche Auseinandersetzung mit den Inhalten eingebunden werden. Die Lehrkraft regt zum Beispiel das Vorwissen der Lernenden durch Bilder, Materialien, Fragestellungen und oder die Einordnung in den Lernzusammenhang an. Anschließend fordert sie auf, dieses Vorwissen zu berichten, es zu ergänzen, Fragen zu stellen. Dies führt zu einem Prozess der aktiven Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Last but not least betrachtet die Dimension der konstruktiven Unterstützung, ob und wie Lernende in ihrem Lernprozess durch die Lehrkraft unterstützt werden. Es geht darum, die Lernausgangslage und damit die Bedarfe der Lernenden wahrzunehmen und sie dadurch möglichst optimal zu unterstützen. Ganz besonders für heterogene Lerngruppen ist dies unumgänglich. Die Lehrkraft könnte etwa die Vorkenntnisse der Beteiligten erheben. Aufgrund der Ergebnisse kann sie dann differenzierte Lernmaterialien und Verfahren anbieten. So kann sie den verschiedenen Lernniveaus begegnen und individuelle, den Bedarfen angepasste Lernwege ermöglichen. Weitere Informationen und detaillierte Beispiele dazu finden Sie auch in den anderen Videos des Projektes. Was bedeutet das alles? Tiefenstrukturen erklären den Erfolg von Unterricht besser als Sichtstrukturen. Die Qualität von Unterricht ist also unter anderem davon abhängig, ob Lernende individuell und auch als Gruppe in ihren Bedarfen wahrgenommen werden, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Lerngegenstand, sondern auch in ihren emotionalen und sozialen Bedürfnissen. Denn Lernende, die sich in ihrer Lernumgebung wohlfühlen, lernen besser als solche, die es nicht tun. Daher hat alles, was diesem Wohlbefinden dient, einen positiven Einfluss auf erfolgreichen Unterricht, denn eine gute Lernumgebung beeinflusst guten Unterricht nachhaltig, und zwar für die Lernenden ebenso wie für die Lehrkräfte selber. Respekt und gegenseitige Wertschätzung der Beteiligten untereinander sind dafür elementar. Wie jedes Modell hat auch dieses seine Grenzen. Bei der Gestaltung von konkretem Unterricht bietet es keine einfachen Lösungstechniken an, aber es zeigt, und zwar auf der Grundlage empirischer Forschung, welche Faktoren Unterricht nachhaltig beeinflussen. Trotzdem kann man diskutieren, ob die drei Basisdimensionen bereits alle Aspekte lernwirksamen Unterrichts abdecken oder diese um zusätzliche Elemente erweitert werden sollten. Ebenso werden fachdidaktische Inhalte nicht ausreichend berücksichtigt und könnten noch in die Betrachtung einbezogen werden. Unser Fazit. Kunter und Trautwein identifizieren und beschreiben Sicht- und Tiefenstrukturen von Unterricht. So ermöglichen sie ein besseres Verständnis der Lehr- und Lernprozesse innerhalb des komplexen Unterrichtsgeschehens. Durch das Bewusstmachen dieser Prozesse können diese sinnvoll gesteuert und lernwirksam eingesetzt werden. Um dies zu erreichen, muss die Lehrkraft neben dem offensichtlichen Unterrichtsgeschehen auch die verborgenen Strukturen von Unterricht berücksichtigen und zusätzlich auf die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Lernenden eingehen. Das Modell bietet damit eine fundierte Orientierung für den Einsatz und die Nutzung ganz vielfältiger Konzepte und Methoden, indem man diese auf deren Wirkung hinsichtlich der tiefen Strukturen überprüft. Auf diese Weise lässt sich eine Vielfalt an Methoden ermitteln, die hilft, das Handlungsrepertoire der Lehrkraft zu erweitern. Tiefenstrukturen helfen, die Bedarfe von Lernenden transparent zu machen. Dies gilt ganz besonders auch für Lernende mit speziellem Förderbedarf, die aufgrund von Einschränkungen verschiedenster Art nicht ausreichend vom Regelunterricht profitieren können. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich zum Abschluss mit folgenden Anregungen auseinander. Was ist unter Sicht- und Tiefenstrukturen zu verstehen und worin unterscheiden Sie sich? Welche besondere Bedeutung haben Tiefenstrukturen für den Unterricht? Wie kann das Eisbergmodell zur Entwicklung der Qualität von Unterricht genutzt werden? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und auf twillow.de, der OER-Plattform des Landes Niedersachsen. Suchen Sie dort nach dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiter-Nutzung freigegeben. Die konkreten Lizenzhinweise entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.